Wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Genau, wir haben Seen besiegt und jetzt gibt es neue Helden. Wir spielen aber gegen Jaden. Okay, wer ist das? Als der Sommer vorbei war, begann Jadens zweites Jahr an der Duell Akademie mit einer großen Veränderung. Kanzler Shepard war aus unbekannten Gründen abberufen worden und Dr. Crowder füllte den Posten als amtierender Kanzler. Uuuuh, weiß ja nicht so. Esther Phoenix, dieser Superstar ist nur der höchst eingestukte Duellant der ganzen Welt. Ist nicht nur der ganzen Welt, sondern er hat sich als Erstsemester an unserer Schule eingeschrieben. Wenn er schon der krasseste Duellant ist, warum geht er dann zu einer Duell Akademie? Ich dachte, er ist schon der Beste. Und warum ist er der Beste? Yugi ist der Beste. Mit so einer berühmten Persönlichkeit in meiner Obhut werde ich selbst berühmt. Immerhin kennt jeder auf der Welt Esther Phoenix. Ich nicht. Wer ist denn Esther Phoenix? Dr. Crowder merkte nicht, dass Esther schon auf der Insel angekommen war. Und so blieb er wartend am Hafen. Es ergibt doch keinen Sinn. Er kommt nicht. Nachdem Esther heimlich einige Dinge auf der Insel erledigt hatte, kehrte er in die Großstadt zurück, um seine Karriere als Profi-Duellant wieder aufzunehmen. Er ist heimlich auf die Insel, hat jetzt irgendwas gemacht und ist dann wieder zurück. Warum erfahren wir dann überhaupt das über den Typen, wenn er schon wieder weg ist? Esther bereitete sie sich auf das Duell mit dem angesagtesten Profi-Duellanten der Gegend vor, Zane Truthdale. Vor dem Duell traf Esther sich mit seinem Agenten Sartorius Kumar. Das ist Esther Phoenix. Okay, und der sieht ein bisschen böse aus. Dieser Assistent sieht hundert Prozent böse aus. Ja, ähm, was gibt's? Ich wünschte, du würdest weniger Zeit mit kindischen Spielen verbringen und mehr Zeit damit, dich auf deine Duelle vorzubereiten. Fretze deine Seele, schau mir in die Augen. Der sieht so aus, weiß ich nicht. Also, wenn das kein Bösewicht ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Du befindest dich kurz vor der größten Herausforderung deines Lebens. Ach bitte, du weißt, dass ich gewinnen werde. Ja, die Karten sagen einen Sieg voraus. Aber Sehen ist nur ein Schritt in Richtung deines wahren Schicksals. Ach, irgendeine Aussicht darauf, dass du mir sagst, was mein Schicksal sein soll? Nein. Aber das findest du schon noch rechtzeitig heraus. Und bis dahin musst du mir absolut vertrauen. Nach deinem Kampf mit Sehen wirst du zur Duell-Akademie zurückkehren und dort Jaden Yuki zu einem Duell herausfordern. Aber das Wichtigste zuerst. Ein Publikum erwartet dich. Äh, ja. Ja, ich hab einen wichtigen Abend vor mir. Nachdem Esther Sehen besiegt hatte, kündigte er an, dass sein nächster Gegner Jaden Yuki sein würde. Wir sehen das Duell nicht mal. Okay. Esther hat also die Drachen, die Cyberdrachen besiegt. Das haben wir aber auch schon gemacht. Das ist da nichts Besonderes mehr. In der Duell-Akademie traten sich Jaden und Esther gegenüber. Okay. Hey, Zeit, deine Krawatte zu lockern, die Ärmel hochzukrämpeln und dich bereit zu machen. Also bitte, ich werde nicht einmal ins Schwitzen kommen. Mann, du wirst untergehen. Nun, es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Lass uns loslegen. Fight für ein Duell. Aber da wir ja den Esther spielen, müssen wir ja quasi gewinnen. Also Esther muss gewinnen. Esther muss Jaden besiegen. Interessant. Und ich kann mich auch ehrlich gesagt gar nicht an diese Arc erinnern. Also die lief auf jeden Fall im Fernsehen, aber da habe ich wahrscheinlich schon gar nicht mehr richtig mitgeguckt. Dieses Original Yu-Gi-Oh! Das habe ich, glaube ich, jede Folge gesehen. Bestimmt sogar mehrmals. Die liefen ja ewig wiederholt im Fernsehen. Bei dem GX habe ich, glaube ich, nicht mehr alles mitverfolgt. Und was danach kam mit diesem Motorradfahren und dabei kämpfen und so ein Zeug. Da habe ich null Ahnung von. Da bin ich gespannt, wie das dann wird. Oh, was ist das denn? Ah, das sind auch Helden, ja? Deshalb neue Helden. Nur deshalb heißt dieser Kampf neue Helden. Dann muss das Ding aber auch erstmal bis dahin überleben, ne? Kannst du ein Schicksalsheld-Monster in deinem Friedhof wählen, das seit deiner letzten Standby-Face durch Kampf zerstört wurde. Falls du diese offene Karte kontrollierst, als das gewählte Ziel zerstört wurde, beschwöre das gewählte Ziel als Spezialbeschwörer. Aber wie sorgt man dafür, dass der nicht stirbt? Dasher, 2.100 bei 6 Sternen. Einmal pro Spielzug. Du kannst ein anderes Monster als Tribut anbieten. Diese Karte erhält bis zur Endphase 1.000 Attack. Falls diese Karte angreift, ändere sie am Ende der Battlephase in die Verteidigungsposition an. Nur einmal, wenn du während deiner Drawerphase eine Monsterkarte ziehst, solange diese Karte in deinem Friedhof befindet, du kannst sie vorzeigen, beschwöre sie als Spezialbeschwörung. Diese Karte muss sich im Friedhof befinden, um diesen Effekt zu aktivieren und auszulösen. Okay. Okay. Ein Spielfeldzauber. Ich habe Angst, hier ein Fusionstor zu legen, weil der dann auch anfängt, um zu funktionieren, wie bekloppt. Und wir gucken erst mal, was der denn überhaupt für Spielfeldkarten hat. Fusionstor und Gefängnisuhrturm. Einmal pro Spielzug, während der Standbyphase deines Gegners, lege eine Uhrzählmarke auf diese Karte. Solange vier oder mehr Uhrzählmarken auf dieser Karte liegen, erhältst du keinen Kampfschaden. Falls diese Karte mit vier oder mehr Uhrzählmarken zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, beschwöre Schicksalsheld Dreadmaster als Spezialbeschwörung von deiner Hand oder deinem Deck. Dreadmaster. Die Karte ist quasi nur dafür da, diesen Dreadmaster zu beschwören. Nach vier Runden bekommst du keinen Kampfschaden mehr und dann musst du einfach nur noch warten, dass die Karte irgendwie vernichtet wird. Oder sie selber irgendwie vernichten. Und dann kannst du diesen Dreadmaster beschwören. Jetzt weiß ich aber nicht, was denn überhaupt ein Dreadmaster ist. Schicksalsheld Dreadmaster. Ich sag' ich jetzt aber langsamer. Ich mach' ein Bild dabei. Oh, da ist er. Falls diese Karte durch Gefängnisturm als Spezialbeschwörung beschworen wird, zerstöre alle Monster, die du kontrollierst, außer Schicksalsheldmonstern. Zusätzlich kannst du danach bis zu zwei Schicksalsheldmonster als Spezialbeschwörung von deinem Friedhof beschwören. Okay. Also wenn du schon zwei im Friedhof hast und nichts weiter auf dem Feld, und du bespürst das Ding, dann hast du schon mal automatisch drei Monster auf dem Feld. Und sag' nochmal, die Schicksalshelden haben vielleicht ja so 1.500 oder sowas im Schnitt. Vielleicht. Dann hat das Ding am Ende 3.000. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Weil ich tendiere fast zum Fusionstor. Weil ich nicht weiß, ob ich so viele Runden überhaupt überleben kann. Nur wird das Fusionstor dummerweise auch IHM erlauben, Fusionen zu machen. Wir riskieren's einfach mal, oder? Wir probieren's. Ich hätte vorher nachgucken sollen, was für Fusionen ich überhaupt habe. Elementarheld, Shining, Phoenix Enforcer. Phoenix Enforcer und Sparkman. Avian und Bürstinetrix. Das ist quasi der Flammenflügelmann. Bloß sieht er anders aus. Ein Avian und Bürstinetrix könnte ich direkt machen. Kann nicht durch Kampf zerstört werden. Er hat also nur diese zwei. Phoenix Enforcer und Sparkman. Das hier ist Phoenix Enforcer. Also wir müssen quasi erst Bürstinetrix und Avian kombinieren. Und dann können wir da nochmal einen Sparkman draufklatschen. Und dann bekommen wir den hier. Mit 2.500. Diese Karte hält 300 Attack für jede Elementarheldkarte in deinem Friedhof. Ist aber blöd, wenn man sie durch Fusionstor alle verbannt, statt auf den Friedhof zu schicken. Dadurch wird dieser Boost niemals stattfinden. Ich glaube, es war ein gigantischer Fehler. Ich glaube, es war ein gigantischer Fehler, das Fusionstor zu ziehen. Weil ich jetzt ihm viel, viel bessere Fusionen erlauben kann, quasi als mir. Doom. Einmal pro Spielzug. Du kannst ein Monster wählen, das dein Gegner kontrolliert. Verbanne das gewählte Ziel. Du kannst in den Spielzug, indem du diesen Effekt aktivierst, keinen Angriff deklarieren. Du musst diese Karte in offener Angriffsposition kontrollieren, um diesen Effekt zu aktivieren. Das verbannte Monster kehrt während deiner zweiten Standby-Face wieder zurück. Diamond Dude. Du kannst die oberste Karte deines Decks ausgraben. Und falls es ein normaler Zauber ist, lege sie auf den Friedhof. Andernfalls lege sie unter dein Deck. Während der Mainphase deines nächsten Spielzuges kannst du den Effekt des Zaubers in deinem Friedhof aktivieren. Selbst falls du diese offene Karte nicht mehr kontrollierst. Das könnte interessant werden. The Red Servant. Und falls diese Karte als normal beschworen wird, lege eine Uhrzählmarke auf jeden Gefängnisuhrturm. Ich hätte den Gefängnisuhrturm doch machen sollen. Habe ich das Gefühl. Statt der Fusion. Das ist die Frage. Nehme ich jetzt den Sparkman, um das 2500 auf die zu machen? Wahrscheinlich, ne? Das war doch Sparkman, oder? Birsti Natrix mit Avian und dann Sparkman oben drauf. Ich hoffe, das ist kein riesen Fehler, weil der jetzt auch funktionieren kann wie sonst sowas. Geht das nicht? Warum geht das nicht? Achso, ich muss das aktivieren. Ich aktiviere es gleich nochmal. Und mache den hier. Genau. Ist halt schade, dass der den Boost nicht kriegt, weil die ja alle nicht auf dem Friedhof liegen, sondern verbannt sind. Und jetzt könnte ich noch den dazulegen, aber... Das ist voll schwach, ne? Aber na gut, ich kann es zum Angreifen benutzen. Wir wollen Schaden machen, ne? Wir wollen schön viel Schaden machen. Bin ich ja mal gespannt. Das ist nämlich das Riesenproblem. Der wird jetzt eine mega fette Fusion machen. Der wird jetzt... Kann der mein Fusionstor mit benutzen? Ich glaube ja, ne? Er kann mein Fusionstor benutzen. Ja, natürlich kann er das machen. Oh Gott, das war ein Riesenfehler. Was ist das denn? Den kenne ich noch gar nicht. Warum? Er kann einfach was von mir zerstören durch die Beschwörung. Oh, das ist... Das habe ich verloren. Jetzt habe ich verloren. Es war wirklich ein Fehler, das Fusionstor zu legen. Das spielt ihm doch volle Kanne in die Hand. Ich hätte den Turm nehmen sollen. Wähle ein Schicksalsheld. Angriffsposition, dass du kontonierst und setzt es in Verteidigung. Bringt mir gar nichts. Hier, wir haben verloren. Spektakulär verloren sogar. Ja, merke fürs nächste Mal, kein Fusionstor gegen Jaden ausspielen. Es war eigentlich logisch. Ich dachte bloß, ich schaffe diesen Turm nicht zu aktivieren, weil das halt vier Züge dauert oder so. Aber es wäre trotzdem die bessere Wahl gewesen. Weitaus besser. Brennen, das Land. So, so. Macht das. Ist verbannt. Keine Ahnung, wo es hin ist. Ist egal, wir haben verloren. Hm. Oh. Warum greift er nicht an? Der wäre doch durchgekommen. Warum greift er nicht an? Der würde doch volle Kanne durchkommen. Das Ausgerüstungsmuster kann nicht durchkampfen. Ach, er kann das gar nicht zerstören. Das ist ja praktisch. Jetzt habe ich quasi... Uh, vielleicht können wir es doch noch irgendwie alles wenden. Vielleicht können wir doch noch irgendwie alles drehen. Ich weiß es nicht. Ja, den würde ich jetzt nicht spielen. Ja, jetzt müssen wir... Jetzt müssen wir abwarten. Gucken, was erst kommt. Vielleicht kriegen wir noch irgendwas cooles hin. Unwahrscheinlich, aber... Wer weiß. Blöde Fusionstor. Ich hätte es niemals legen sollen. Niemals ziehen sollen. Ich würde gerne den hier nehmen für diesen Zählmarkeneffekt. Aber... Dazu müsste ich es normal beschwören. Das ist angreifbar. Das ist nicht so schlau. Ich kann es eigentlich nur setzen quasi. Ah, wir werden das Ding aber noch brauchen. Wenn wir die Zählmarken durch haben, können wir das Ding benutzen, um unseren Turm absichtlich zu zerstören. Wir wollen ja dann quasi den Turm zerstören, damit dann dieser Dreadmaster beschworen wird. Aber noch nicht, noch nicht. Etwas später. Wenn der hier vier Zähler drauf hat. Genau. Ob der eine Dreadmaster das ganze Spiel wenden kann? Bin ich mal gespannt. Kann ich ja jetzt nicht legen, ne? Wenn ich den jetzt lege, dann muss ich ja eine meiner Karten zerstören, oder? Du kannst eine Zauberfalle erhöhen. Die kann. Ich muss nicht. Kriegt mir trotzdem nichts, ihn sterben zu lassen, ne? Ich würde ihn gerne normal beschwören. Aber das ist nicht so schlau. Solange du vier oder mehr Urzählmarken auf der Gratte liegen hast, bekommst du keinen Kampfschaden. Wenn ich quasi drei habe, lege ich den raus, bekomme automatisch die vierte. Die machen den platt und dann kann ich das Ding zerstören und dann bekomme ich meinen Wetttypi. Ja, bis dahin kann ich nicht wirklich was legen oder machen. Ist schon ärgerlich. Oh. 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 ich kann doch diesen effekt noch aktivieren warum aktiviere ich den effekt nicht jede runde eigentlich jede runde aktivieren jetzt bekomme ich keinen kampfschaden das heißt ich könnte den absichtlich jetzt sterben lassen was ich auch mache bekomme keinen kampfschaden kann dadurch direkt das ding zerstören moment was steht denn das mit den vier lange vier oder mehr ist ja jetzt der fall ich habe doch jetzt vier oder genau jetzt zerstöre ich die jetzt kann ich den beschwören konnte ich nur eine ich hätte gleich beide nehmen ich trottel ich wollte beide nehmen ich hätte beide auswählen müssen ich dachte ich will erst einen dann noch ein ich wollte natürlich beide wieder beläden noch mal kommen kann zwei nehmen ich bin gespannt kann ich mit dem eigentlich auch angreifen es kann nicht durch kampf zerstört werden aber es hat bloß 1400 attack lohnt sich eigentlich nicht wirklich ne jetzt gehen wir in den attack ich möchte mir das ganz genau überlegen du kannst das mache ich nicht das mit not one weil es diese karte angreift ändere sie am ende der battle phase in die verteidigungsposition nur einmal wenn du während deiner draw phase eine monster karte ziehst solange sich diese karte in deinem friedhof befindet bla 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 das ist ja irrelevant das hier kann ich das nur machen es geht nur wenn es in angriffsposition ist ne also wenn ich jetzt mit dem angreife dann hat er nur noch 1000 attack und dann kann der 1000 defense kann sehr leicht vernichtet werden deshalb greife ich nicht mit ihm an weil wenn der weg ist dann verliert der auch sehr sehr viel attack und defense ich darf mit dem quasi nicht angreifen es liegt nur da um die stats zu geben und sollte irgendjemand ihn angreifen dann kann ich ihn noch mit dem dschild retten und ab dann könnte ich ihn auch zum angreifen benutzen sobald der dschild auf ihm drauf ist könnte ich ihn dann auch zum angreifen benutzen so schaut es aus ok ich bin mal gespannt wenn wir das jetzt noch schaffen mit den 1000 lp alles zu nochmal das ganze blatt zu wenden wolkenkratzer was macht er jetzt was macht er jetzt ja jetzt aktiviere ich das denn die schild genau das habe ich mir gedacht dass das irgendwas macht dann kann ich nächste runde den gefängnisturm vielleicht aktivieren noch ein ich muss jetzt aufpassen was ich mache wenn ich mit dem in angriff gehe dann geht er dann nachher automatisch wieder in die verteidigung ne das heißt ich habe jetzt hier die perfekte kombination hier geschatten er kann nicht vernichtet werden und nach dem angriff geht er automatisch in die verteidigung und somit kann kann er auch dann kann ich keinen kampfschaden bekommen ne beziehungsweise ich glaube diese karte verhindert sowieso kampfschaden oder ne sie verhindert keinen kampfschaden sie verhindert dass es zerstört wird ok also gehe ich mit dem jetzt in den angriff und ich überlege ob ich den noch mit dazu lege wieder mit dem dschild ich würde gerne noch eine runde warten bevor ich den lege einfach nur weil es dann den counter gibt auf den auf den uhrenturm aber ich will auch nicht alles zu lange hinaus zögern und der avian bringt mir hier gerade gar nichts also spiele ich den in angriffsposition denn wenn ihn jemand angreift und jemand wird ihn angreifen dann aktiviere ich auch wieder den dschild ne und er boostet den dreadmaster so jetzt gehe ich in angriffmodus und was kann der nichts weiter ok jetzt greife ich an und er müsste jetzt automatisch er müsste jetzt automatisch in die verteidigungsposition gehen wenn ich alles richtig verstanden habe genau perfekt perfekt Leute wir drehen das noch alles vor allem er wird jetzt versuchen anzugreifen weil er blöd ist und dadurch dadurch hat er ein monster in angriffsposition was ich nächste runde angreifen kann ich muss gar nicht durch seine verteidigung durch ich kann jetzt nächste runde das angreifen und dann haben wir es geschafft könnt ihr euch vorstellen wir haben es fing so scheiße an oh er hat es geoffert es fing so scheiße an und jetzt läuft es irgendwie doch gut so ich will ich ich mag ich ich vier es ich 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 dachte ich würde jetzt den Glockenturm benutzen können, aber anscheinend ist der wieder reingemischt worden. Wir wenden den auf Angriff, wenn jetzt nichts schief geht. Unglück Wähle ein offenes Monster auf der Gegnerischen Spielfeld weiter, das geht leider nicht, um diese gerade zu aktivieren. Füge den Life Points seines Gegners Schaden in Höhe der halbierten Grundattack des gewählten Monsters zu. Deine Monster können diesen Spielzug nicht angreifen. Das können wir leider nicht einsetzen, aber ich glaube wir haben es geschafft, Leute. Der Dreadmaster hat uns am Ende noch gerettet mit diesem Glockenturm. Ich hätte gleich am Anfang den Glockenturm nehmen sollen und nicht dieses blöde Fusionstor. Das war doch so dämlich. Jaden hat doch genauso viele Fusionen wie wir bzw. noch bessere Fusionen und wir geben dem ein Fusionstor. Das war selten dämlich. Oh nein! Jetzt kann ich keinen Kampfschaden machen. Ach, da hat ihn der Kuribor leider noch mal eine Runde gerettet. Mich hat der Kuribor noch nie gerettet. Genau das wäre so... Jetzt haben wir ihn! das war's mit einer wirklich es fing so scheiße an der hat uns auf 1000 lp runtergeprügelt wie sonst so was ich war eigentlich hat eigentlich schon intern aufgegeben und dann haben wir doch noch das ganze spiel gewendet deine fähigkeiten als du land sind gar nicht mal so schlecht aber ich habe etwas das du nie haben wirst einen tieferen sinn einen anderen grund mich zu duellieren außer spaß zu haben was gibt es denn noch ich duelliere mich um der welt gerechtigkeit zu geben und die menschen zu bestrafen die denken sie stünden über dem gesetz du bist selamon oder was mit der macht des mondes werde ich dich bestrafen äh was ich nehme an du brauchst eine erklärung mein vater war auch ein duelland er arbeitete als kartendesigner für maximilian pegasus mein vater war mit dem ganzen herzen bei jedem design dass er das er erschuf er war mein held okay und was ist dann passiert irgend ein drecks kerl hat ihn entführt jemand brach in unser haus ein und jetzt ist er fort das ist schrecklich moment mal hat dein vater richtig mein vater hat die schicksals helden entworfen sie waren die besten karten die mein vater je entworfen hat mein vater brachte mir bei dass die gerechtigkeit am ende immer siegt aber er lag falsch gerechtigkeit ist eine lüge man hat meinen vater noch immer nicht gefunden und seinen führer ist noch immer auf freiem fuß ich duelliere mich um gesetzesbrecher zur rechenschaft zu ziehen und inwiefern willst du das machen also du siehst jemanden eine bank überfallen ne bank ausrauben so mit maschinengewehren so fünf leute richtig bewaffnet in schutzrüstung mit maschinengewehren die bank ausrauben ne und du stellst dich hin es ist zeit für ein duel meine schicksalshelden werden euch besiegt headshot tot wie willst du gerechtigkeit mit mit karten erzielen ist doch nicht zu einem bewaffneten mann und sagt wir spielen jetzt karten und wenn du verlierst dann musst du ins gefängnis der knallt dich ab also und um meinen vater zu ehren nutze ich die karten die er designt hat um diese übeltäter zu bestrafen ja aber wie wie macht er das wie macht für mich irgendwie alles keinen sinn aber whatever und eines tages werde ich den abschaum finden der meinen vater entführt hat und ihn für das was er getan hat bezahlen lassen ich werde ihn daran erkennen dass er eine seltene karte haben wird die karte die er stahl als er meinen vater mit nahm der geflügelte kuribo es war die letzte karte die mein vater erstellt hat wer auch immer sie hat wird den tag seiner geburt bereuen ich bereue es jetzt schon dass ich den kuribo habe keine sorge ja frage ich mich welche karte das sein soll die hier die wir gerade bekommen haben